In diesem Video stelle ich euch Pretty vor. Sie ist ca. 32 cm groß und 10 Monate alt. Pretty und ihre 5 Geschwister kommen aus schrecklichen Verhältnissen. Sie wurden vom Veterinäramt beschlagnahmt, nachdem sich ein Nachbar über die Zustände beschwert hatte. Und tatsächlich fand das Amt in einem kleinen Hinterhof eine viel zu große Anzahl an Hunden, die unter schrecklichen Bedingungen leben mussten. Kurz nach ihrer Befreiung erkrankten die Geschwister am Parvo-Virus. Heute können wir sagen, die kleine Familie besteht aus Kämpfern. Alle 6 Welpen haben den Parvo-Virus unbeschadet überstanden und sind nun fit und bereit für eine Adoption. Die jungen Hunde zeigen sich bei uns aufgeschlossen, fröhlich und bereit Schabernack anzustellen, eben genauso wie es sich für Hunde in dem Alltag gehört. Pretty ist sehr menschenbezogen und krabbelt eigentlich am liebsten auf unseren Schoß und bleibt dann da und holt sich ihre Streicherleinheiten ab. Wenn du Interesse an der Maus hast, dann melde dich doch einfach bei uns. Sie ist bereits gechippt, geimpft und kastriert.